Okay, Marilyn, Zeit für deine große Szene. Nur noch einen Taco. Die Sonne geht unter. Aber diese Tacos sind lecker. Keine Tacos mehr. Alles auf Anfang. Auf Anfang! Das verflixte siebte Jahr. Szene 78, Take 1. Und Action! Ups! Cut! Verdammt scheiße, was war das? Tacos. Schaffen wir noch einen zweiten Take? Nein, die Sonne ist leider weg. Scheiß drauf. Wir sagen, das war eine U-Bahn oder sowas. Wir bauen um für die nächste Szene. Leute, ich glaube, da war was Festes dabei. Jetzt wissen Sie Bescheid. Ich hab Osama Bin Laden einen geblasen. Ha! Dein Gesichtsausdruck! Ha ha! Stimmt aber. Terrormesse 1994.